Das sind die Pampers New Baby Windeln aus der Premium Protection Reihe mit unserem einzigartigen Doppelabsorbiersystem. Hier rechts zu sehen, das blaue Gel simuliert den flüssigen Stuhl eines Neugeborenen. Das Doppelabsorbiersystem fängt sofort an zu wirken und saugt das Gel schnell auf, während es bei anderen Windeln an der Oberfläche bleibt und somit mehr flüssiger Stuhl mit der empfindlichen Babyhaut in Kontakt gerät. Pampers New Baby Windeln – unser bester Schutz für die Haut Ihres Neugeborenen.